ich habe noch kein ja keine ahnung was das war selbst am neustart muss ich auch erst noch mal neu starten damit es hat super gehackt die ganze zeit keine ahnung was das war wirklich ein plan so strange so 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 Kuchen, Mama. Ah, sehr strange. Keine Ahnung was das war. I don't know. Whatever. I want ambition. Game schon? Ah, ich hör schon Game Sound. Ich dachte, was ist das? Hilf. Ich dachte, was ist das? Ich hätte immer noch einen Kerl. Ich dachte, was ist das? - Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, vaya Das ist aber laut Du kannst auf diese Omojis draufklicken Sonst siehst du es Und ich soll mal kaputt gehen Und ich soll mal kaputt gehen Und ich soll mal kaputt gehen Ich bin auf einer Insel Und ich soll mal kaputt gehen Easy nicht Ich soll mal kaputt gehen Ich soll mal kaputt gehen So Adam Ich soll mal kaputt gehen Oh, ein Stein Warum brennt da auf einmal was? Ich soll mal kaputt gehen So Falsche Richtung So Ich soll mal kaputt gehen 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 Habe ich schon Sorgen gemacht. Auf einem Random Server ist sie, oder was? Vielen Dank. Ich muss nach ganz unten. Dann krieg ich daraus Klamotten. Ich muss nach unten. Er ist fast schon grundlos gefühlt, ja. Aber nicht auf dem Server hier, sicherheitsneu. Ah, das ist doof, Eisi. Loot, loot, loot. Oh. Oh, das ist das. Geh von mir weg, Wolf. Oh. Okay, damit gehe ich sehr langsam. Stopp in die falsche Richtung. Oh. Wo ist denn? Ich suche meine Freunde jetzt. Ich muss nach unten. Da so. Da so. Ich hoffe, du bist gut. Oh, klar. Da ist mir wohl meine Flasche runtergefallen. Ich hoffe, du bist gut. Ich werde ganz nass durch den Rügel. Ich habe mir meine... Wie heißen die Dinger? Wie heißen die? Gut. Außen. Hallo? Hallo? Nicht wegreiten! Hm. 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 Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Der Team ist für 11 Monate. Allerz ist für 19 Monate. Und der Deutsche Currywurst für 2 Monate. Vielen Dank. Ich bin nicht weggelebt. Ich bin nicht weggelebt. Ich bin nicht weggelebt. Hallo? 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 Hermine! Maubeer! Ja! Nein, Luna! Okay. Hallo, Luna! Hallo! Oh, Zeno, hast du noch zwei Strahlenschutzanzüge? Ja, kommt mal mit. Geil. Guck mal, wir haben auch Ponys. Mau, wir wurden gerade von einem Heli angegriffen. Wir mussten unsere Häuser komplett neu reparieren und alles. Jo, jo. Voll richtige Pain, ey. Ich muss sagen, das Hermine-RP ziehe ich auch nur zwischenzeitlich durch. Schade. Ja gut, wenn andere Player noch nicht da sind. Ja, gestern habe ich es komplett gemacht, aber... Oh mein Gott. Hallo? Ach, scheiße, das Fenster noch, Zeno. Ja, ja, das kommt jetzt gerade. Habe ich gerade gecraftet. Ge-craftet. Kannst du Mau nicht Nimbus schenken? Aber wir haben doch ganz viele Pferde, die... ...die hier draußen auf einen neuen Besitzer warten, bevor Zeno sie frisst. Sammy? Okay, äh... Ich habe doch Sammy gerade gehört. Sammy ist hinten im Turm. Im Rapunzel-Turm. In ihrem Turm. Mau, komm mal her. Komm mal her, Mau. So. Yeah! Endlich habe ich auch so einen geilen Einzug. So, jetzt muss ich alles wieder anziehen, scheiße. Vielen Dank. Ich brauche mal eine ordentliche Hose. Yeah! Jetzt kannst du die ganze Zeit richtig verstrahlt reden. Ich habe leider keine Hose für dich. Maaaui! Scheiße, ich habe mein Leder nicht mitgenommen. Zeno, kann ich mir kurz ein bisschen Leder leihen von dir zufällig? Ich schwöre, ich bring's zurück. Habt ihr eine Gruppe? Ich habe zugeguckt, wie die alle zerbrommen wurden. Ey, letztes Mal habe ich dir auch Holz mitgebracht und alles in deinen Ofen geklatscht. Ja, okay, okay. Äh, Zeno muss einladen. Ich hatte dich vorhin schon eingeladen, du hast noch nicht angenommen. Äh, ja. Hältst du auch so coole Metallrüstung? Ähm. Dankeschön. Du hast die Wahl zwischen dem, was ich an habe, oder das, was Sammy an hat? Ist das nicht das gleiche? Ich sag's lieber nicht. Ne, doch nicht. Nein! Ne, mein Oberteil ist anders, ich habe ein Skin. Okay, in den Skin. Das dunklere, ne? Das ist cool, ne? Ich glaube, ich mache mir auch schon direkt so einen Drum für meinen Dachboden. Mau, willst du mein Haus sehen? Das ist so doof, irgendwie so nachzujohnen, ey, wenn alle schon so mega weit sind. Ja, der Schlauch. Das stimmt. Aber, wir haben ganz viel Kram für dich. Du kannst ja alles direkt bauen. Äh, 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 ja. Moment, jetzt. Ich habe viel zu viele Klamotten. Wir haben Pferde, wir haben ganz viel Fuel und so. Brauche ich alles gar nicht. Naja, vielleicht brauchst du es ja doch, wenn du, ähm, Dienstbummst. Wenn du mal irgendwie kämpfst oder so. Aber Ceno wollte mir doch so Metall-Armor geben. Genau, da brauchst du ja aber die, also diese Armor-Plants wahrscheinlich nicht, aber die Hose zum Beispiel und das T-Shirt mussten da anziehen. Okay. Äh, ich gehe mal ganz kurz rüber, mein Code fürs Haus ist derselbe wie bei dem anderen Server. Okay. Pass mich einfach, äh, an deine Geschwindigkeit. Jut, du Jut. Ich bring's dir zurück Ehrenwort. Oh shit! Ceno! Dein Leder! Warte, der, aah, ich brauche nicht alles davon, danke. Ähm, wo ist es? Hier, bevor ich damit abhaue. Ausrüstung. Hier, da. Mann, hier oben war offen, ne? Ja, ja, da oben war offen. Wann bist du zuletzt gestorben? Vor 20 Minuten? Ja, ja, da oben war offen. Bis der Heli mich weggepompt hat. Ich fühle ich mein komplettes Haus durch. Ist das dein Geräusch? Ne, ist das Geräusch, meinst du? Hörst du das nicht? Ist das ein Heli? Da war noch was. Ich glaub, das war noch mal der Heli. Oh. Hat sich angehört wie ein, wie ein Zombie in Minecraft. Hä? Crazy. Mhm. Okay. That's it. Okay. Ja, ich muss das noch wegmachen, weil das, das braucht Licht. Hab ich erfahren. Achso, ja, ja, ja. Wow, wo bist du? Okay. Und oben mach ich so'n... Warte, wenn du willst, kannst du mitkommen. Oh, ja. Hier mach ich so'n Party-Dachboden. Mhm. Das mach ich direkt weg, das Bild. Scheiß drauf. Geh kaputt, du Scheiße! Geh kaputt! So doof, dass man dich nicht einfach aufgeben kann. Ich muss mir noch ne neue Axt craften. Oh, das ist echt so ein Pain. Scheiße, die Axt geht gleich kaputt, oh nein. Scheiße, ich kann mir grad keine neue craften. Okay, das Schwert muss sie erhalten. Hallo. I appreciate it, wow, I appreciate it. Okay, okay. Aufhören Leute, mein Boot ist noch nicht geupdatet. Scheiße, man. Okay, now wait for it. Hups. Oh nein, das ist falsch rum. Ich brauch schnell nen Hammer. Ich hab gar keine Hose. Jo, stimmt. Äh, mach ich dir. Mhm. Äh, ja. Sollte man natürlich so. Ah, so geil. Er spielt ja so gut, äh, äh, ich lache. Ich will jetzt da noch so überall Lichterketten hinmachen. Jaaaa. Ich kauf mir dann noch so Lichterketten DLC und dann pack ich die hier überall hin und es wird alles richtig geil und cozy. Dann pack ich hier noch so Sofas hin. Es gibt nen Lichterketten DLC? Oder so nen Scheiß, ey. Das wird richtig cool. Ja, es gibt nen ganzen Marketplace, Mau, mit Sachen. What? Die alle sau teuer sind. Und ich werde fucking arm. Yup. Ja. Du kannst dir auch so Skins für die Waffen kaufen und so nen Scheiß. Aber kann man ja alles absetzen, also. Hey, Mau. Alter. Das mach ich jetzt immer hinter Leuten, damit sie denken, sie wären dick, wenn sie gehen. Und dann. Du dumm, 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 du dumm. Wie teuer sind die Lichterketten? Lass mich nachgucken. Acht Euro. Und das andere Tor, was ich haben will, kostet auch acht Euro. Und, äh, Black Boots möchte ich gern noch haben. Die kosten nur 1,20. Die kauf ich mir direkt. Okay. Ähm, ihr seid jetzt hier alle in dem Umkreis? Ja. Ja, 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 ja. Äh. Ich glaube, ich lad mir direkt 50 Euro auf. Ha. Ha. Hast du zugenommen? Ha. 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 Das ist dann schön. Das ist unser Dorfschild. Da können wir ganz coole Sachen draufmalen. Oh Gott, ist das hässlich. Ja, deswegen müssen wir da ja coole Sachen draufmalen. Moment, hier einfach Hogwarts draufschreiben. Äh. Stopp. Wo ist mein Pferd? Ah, da. Lol. Oh. Oh, ich dachte, der Heli hat's abgeschossen. Oh mein Gott. Ich hatte grad so ein Herzinfarkt. Ich hab mich grad im Stall versteckt, als der Heli mich abgeknallt hat. Und ich dachte, der hat mal ein schwarzes Pferd erwischt. Hm. Ich hab ne... Ich hab erst nur Nimbus 2021 gehabt. Und dann vorhin, als ich mich eingeloggt hab, stand auf dem Hügel noch ein schwarzes Pferd. Direkt gejoinkt und Feuerblitz genannt. Ach. 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 So, ja. Wo mach ich denn mein Pfarrhose dann hin? Ich glaub, das wird mein neues Lieblingsinstrument. Ach, das ist so deprimiert. Was denn? Ja, jetzt... Keine Ahnung. Es ist irgendwie kacke so, das jetzt noch machen zu müssen. Ja, aber wir helfen dir ja mit allem. Ja, klar. Dann geht das ganz schnell. Wir suchen dir einen richtig nicen Spot und machen einfach alles zusammen. Wenn du möchtest. Ja, weiß ich nicht. Oh, ich verd... Oh Gott, ich verhunger grad. Lol. Oh, warte, komm zu mir, ich hab... ich hab Essen dabei. Äh, also zu Hause. Ich hab Essen dabei, zu Hause. Hier vorne pflanzt sich übrigens ganz viel Scheiß an. Ganz viel Scheiß. Wir wollen das alles noch einzäunen. Und ich pack dann einfach Sprengminen dazwischen. Falls es doch jemand rüber schafft. Ähm... Ich bräuchte dir nur die Samen zurück, wenn du aufgegessen hast, bitte. Äh, Moment. Da die kohlen. Ähm... Dankeschön. Ja, ja, ja. Bitteschön. Ich fütter so quasi unsere ganze Gemeinde durch. Ich hab auch so ne geile Brücke gebaut am Fluss. Das man mit dem Pferd da rüber kann. Naja, das ist mega dumm bei Flüssen. So, einmal... Hab ich dich weggenommst. Brauchst du den restlichen Korn nicht? Äh, ne. Ich denk, ich werd gleich auch selber Sachen noch finden, I guess. Okay. Ich durch. Warte. Hier, hier, hier liegt schon was für dich. Oh, den muss ich mir auch gleich noch herstellen. Oh, okay. Ich hab ja grad eine gemacht. Loll. Oh, yo, 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 yo. Ich hab gar keine, gar keine was mehr. Das hier brauch ich ja jetzt nicht, ne? Das hier. Obwohl, die Schuhe. Ja. Da krieg ich mir sogar noch ne Tasche aufs Pferd drauf. Da krieg ich mir sogar noch ne Tasche aufs Pferd drauf. Ne, ich hab dir extra eine gemacht, warte. Sehr schön. Ja. Damit du schneller das Holz jetzt kriegst. Oh, das war total. Ähm, das Problem ist, ich hab halt gar keine Platz in meinem Inventar, weil ich irgendwie mega viel Kram jetzt hab. Ähm, willst du dir in mein Haus ne Truhe hinstellen, wo du erstmal alles reinpackst? Hm. Ich hab aber auch noch ne leere Truhe bei mir stehen, wenn du die voll machen willst. Wo dann ist der Franz hier? Ich kann dir auch ein Schloss dran machen, weil dann pack ich die ganzen Sachen einfach woanders hin. Du kannst hier die... Äh, das brauch ich auch nicht. Den Wolfskopf. Du kannst hier die, ähm, First Aid Kiste haben. Ähm. Du kannst hier auch ein Metall Ding dran machen. Bis du dann ein eigenes Haus hast. Ähm. Wir können ja direkt anfangen das zu bauen. Geben wir alle Holzfarm für dich. Ja, äh, ich brauch gar... Weil man kann... Es gibt... Ne? Ähm. Hier gibt's keinen Remove-Modus. Das heißt, wenn man sich verbaut, ist richtig scheiße. Oh, was? Mhm. Ähm. Ähm. Du brauchst hauptsächlich Holz erstmal, ne? Ähm. Ja. Ich würde jetzt ein bisschen farm gehen. Wollen wir... Sollen wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo ganz viel Holz ist? Dann können wir den ganzen Kofferraum vollpacken. Das sieht ja richtig cool aus. What the fuck? Ähm. Ich glaub, ich brauch das mal gar nicht. Also ich weiß nicht, wie viel ich brauche, so. Ja, ja. Also, wie gesagt, da vorne in die Richtung, so 150, da ist noch ganz viel Holz. Ähm. Äh, sonst... Ähm. Also, weil ich hab mein ganzes Inventar voll. Ich müsste mal ganz schnell zum Supermarkt fahren, zum Schreddern. Äh. Zur Tankstelle, die ist hier um die Ecke. Oh, da würde ich kurz mitkommen sehen. Dann könnten wir nämlich unterwegs Holz sammeln. Okay. Ja. Da wäre ich mit am Stüssel. Oder willst du erst mal gucken, wo du dein Haus überhaupt hinbaust? Es bringt ja nix, weil ich hab ja eh noch kein Holz. Ja, aber ich glaube, es ist echt besser, wenn Mau erst mal ganz in Ruhe sich ein bisschen Holz fahren geht. Okay, weiter. Wenn du erst mal guckst, wo sie bauen will. Ähm, Moment. Hallo. Ach, ihr ist schon wieder. Ah, ihr habt nen Bus gefunden. Der Partybus. Schön. Wir haben jetzt verlängert. Wir haben... Der ist ja richtig gut. Wir waren beim Automechaniker und haben den upgrade lassen. Ah nein. Und bei der Kneipe waren wir. Ähm, Herrn Knechti. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hallo. Hm, hm. Der sieht gut aus. Sag mal. Was für eine Rüstung ist das? Was ist das? Diese Metallrüstung? Das weiß ich nicht. Das hab ich von ihm bekommen. Ja, das ist... Ich bin der Schrotti. Ich bin der Schrotti und ich mach aus Schrott mal Rüstung. Mega gut. Das ist aber ein wunderbarer... Ey, wie viele geile Leute wir heute kennenlernen. Ich kann sogar verschiedene Designs. Wir haben nämlich zwei Lenkräder. Was sind Lenkräder? Oh, ja. Wir haben zwei Lenkräder. Was passiert, wenn der eine nach links und der andere nach rechts lenkt? Dann zerreißt es das Auto auseinander. Sehr gut. Das ist so gefällt mir das. Das ist halt chaotisch. Das ist herrlich. Das ist gut. Ich finde, ein drittes Lenkrad wäre noch besser. Ja, wir wollten eigentlich noch mit 10 Lenkrädern haben. Er hat uns gesagt, wir können uns da auch... Ja. Aber da hatten wir nicht genug Geld mit. Ah, okay. Es ist schon mal ein Upgrade. 10 Leute sind schon mal geil für eine Party. Hallo? Hallo? Hermine. Was geht ab? Der Party muss gerade durch die Landschaft. Oh, hallo? Hallo? Wir haben richtig schönen 10 Sitzer. Jetzt mit zwei Lenkrädern. Ist das nicht geil? Oh, shit. Familienausflug! Ja, das ist der Rave Master 5000. Richtig nice. Ey, alle einsteigen jetzt. Ist ja geil. Ist ja geil. 10 Leute, warum haben wir nicht so was? Oh, das ist ja geil. Ja. Vielleicht kannst du noch ankommen. Aber jeder hat so seine Dienstleistung. Weißt du, wir machen so den Party-Bus, den Rave-Bus. So, ihr macht Rüstung. Wartet, 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 wenn ihr den Party-Bus macht. Ich hole mal ganz kurz noch was. Wartet mal ganz kurz auf mich, bitte. Ich gehe aber trotzdem. Wir erst mal Holz fahren jetzt. Okay. Ja, lass mal Holz fahren. Wir müssen mal Holz fahren. Wir haben nämlich Neueinzug hier. Und die haben noch kein Haus. Wir müssen mal ein kleines Haus fahren. Okay. Darf ich euch ein Werbegeschenk laden? Ach, ich weiß noch gar nicht, ob ich heute lang mache. Irgendwie ist das mega doof, wenn alle schon soweit sind und man selbst fängt grad an. Und irgendwie fühle ich das gerade nicht so. Idolo. Oh. 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 Einfach so lang, bis ich dann jetzt mein Haus habe. Ist grad auch ultra warm. Irgendwie. Ich ziehe es auch einfach so an dem wenigen Schlaf, den ich heute hatte. Also nur. Alle kennen sich schon. Und so. Irgendwie. Irgendwie doof. Oh no! Luna! Luna! Ja, bitteschön! Ich hab den Holz abgemurzt, also die haben mir das geschenkt. Oh! Luna! Abgemurzt. Ist das doof, wenn ich hier die ganzen Bäume wegmache? Ey, ey. Sehen wir doch? Sehen wir doch? Ja, ja, ja. Ja, ich glaub schon, wir fahren jetzt gleich alleine zur Tankstelle, würd ich sagen, ne? Okay. Ja, ich weiß, dass die auch nachwachsen, aber das dauert ja, ne? Wachsen ja nicht innerhalb von 200 Minuten, ne? Ja. Sorry Leute, dass ich grad irgendwie so gedruckte Stimmung hab, I don't know. Weiß nicht mal warum. Vielleicht auch einfach, weil vorhin so mit meinem PC irgendwie alles kacke war. I don't know. Was ultra lang gedauert hat, was ich jetzt hier spielen konnte. Ich weiß es nicht. Das ist der Montag, wenn Sonntag läuft. Wir gehen ja nicht mal nach 0 Uhr. Wir haben Sonntag. Wir gehen ja nicht mal nach 0 Uhr. Wir gehen jetzt gleich nach vorne vor. Wir schauen jetzt mal oder. Wir würden afterwards kommen. Wir schauen zu Anるmache und machen die Abwechene. Weil ich wirklich zuerstThataue. ich bring dir holz ja ja bitte ich würde mit sammy dann mal eben kurz zum supermarkt fahren wenn du schutz brauchst während das hausbau geh einfach in mein haus rein da ist auch essen glaube ich ich hab keine ahnung welches dein haus ist in welchem umkreis habt ihr denn eure häuser so ja hier die also hier unten die um 30 die die du jetzt hier gleich wenn der niebel wir wollten so einen riesigen zaun drumrum machen also so sammy unten links ich in der mitte und franzis oben aufm berg ja ok zu meintens kann man nicht verfehlen eigentlich also ich glaube hier der ort wäre für dich nicht schlecht wenn du also wenn du am hang bauen willst also hier ist ja so ein bisschen eben und dann geht es den hang runter ah ok ja dann würde ich hier oben neben franzi oder so bauen mhm hier ist eigentlich nicht schlecht ne hier ist eigentlich nicht schlecht ne guck mal hier hast du relativ eben ja man kann jetzt hier noch nach vier gehen ist hier zu weit weg ich glaube hier schenkt franzis grenze irgendwann mhm warte ja gerade gucken hier also zu weit weg gibt es nicht wir müssen halt gucken dass wir hinterher unseren den zaun überall drum kriegen ne auf vorsicht da vorne mit geschossen ja richtung nordwesten was ist denn da ja tankstelle mhm das war jetzt zum sehr an der straße ne mhm ja ich glaube hier unten ist das nur wer besser oder so hier mhm ne alpha alles gut nicht nötig ähm ok 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 oh ahhh du hast nur hier gebot hm du kannst äh die flasche jederzeit an an dem großen ähhh Wassertank bei mir auffüllen der steht neben dem Haus ok ok ach more noch was hier bevor ich das gleich zerschrotte, aus Versehen. Ich glaub, du kannst da nicht bauen, weil da was liegt, sorry. Nein, 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 ich guck nur dort. Achso. Okay, Samy, fahren wir kurz, dann kann ich mir Scraps holen und neue Sachen lernen. Und dann können wir ja auf dem Weg noch ein bisschen Holz und Stein sammeln. Ich will eigentlich diesen Turm machen, wo Luna auch drin wohnt. Was gestaltet sich, glaub ich, ein bisschen schwierig. Allgemein am Hang zu bauen, ist halt wieder kacke, ne? Hm. Ich glaub, hier wär sogar geiler. Aber so rund bauen kann man halt nicht wirklich, das ist das Problem. Ich brauch halt eigentlich ne... ...echt gerade... ...Flächer. Aber wie soll ich denn... Haben die das mit Dreiecken gemacht? Fann ich, oder? Fann ich, oder? Macht Spaß, dir zuzusehen. Dankeschön für so viele coole Momente zur UAP. Der Job, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke für die, äh, 5000 Wins, Alter. Vielen, vielen Dank. Ist halt ultra nah an der Straße hier. Ich weiß es nicht. Ich... Vielen, vielen Dank für den Job. Dankeschön. Ja, toll, das geht schon wieder nicht. Ist doch kacke. Ah. Fiber. Ist gut. Bitte nicht schon wieder anfangen, so unendlich viel zu sexy. Ich weiß, das ist lieb gemeint, aber... Ich kann es jetzt schon wieder nicht zerstören. Das ist doch kacke. Ja. Ich kann es nicht denken. Das Problem ist, es muss ja größer sein als so. So ist es zwar ein Kreis, aber es muss ja ein größerer Kreis werden. Oh nein. Ich kann die gar nicht kaputt machen. Als ob. Das ist halt viel zu klein. Wie bekomme ich jetzt einen Kreis denn, ist die Frage. Dadurch sowieso schon mal nicht, wa? Okay. Wie geht das? Wie kann ich das denn machen? Warte mal nicht. Hä, wie dumm ist die noch? Hm. Es geht nur mit... Das war's. Ach so. Von innen. Bin mit auf. Geht aber nicht. Oder geht das... Ist es dann so ein mehr oder weniger Kreis hier, oder? Oh, ich hab was gesehen. Ja, mehr oder weniger halt, ne? Okay. Ja. Das war's für heute. Nein, man kann nicht abreißen mit dem Hammer. Oh, geht nicht. Aber hier kann ich keine Dings hinbauen, Lars. Hier gedrückt halt, nein, es geht nicht. Das ist ja doof. Daran kann ich halt leider keine Treppe bauen, das ist halt doof. Ich muss halt eine Treppe nach oben irgendwie machen. Das ist ja doof. 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 Das heißt NPC. Oh. Okay. Telefonprozess. Wir sehen nicht. ich habe das zweite auto fertig gemacht wir haben hier noch so ein kleines häuschen wo ist denn der grabbaut so die hütte hat nämlich noch so was hier ich weiß nicht ob ich das irgendwie realisiert es funktioniert ich weiß nicht ist das jemand da geht es doch auch ich weiß nicht 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 Ja. 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 Das stützt glaube ich auch nicht. Ja. Jetzt geht's nur. Ist halt nur ein bisschen doof, dass der, dass der Eingang jetzt nicht mittig ist so. Das geht halt leider nicht anders noch. Oder ich hätte eigentlich nur einen so ein Ding breit machen sollen. So. Vielleicht mein ich's einfach. Ja, aber dann geht halt kein, kein Dach, ne. Gut. Pfff. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was man die Sachen hier nicht removen kann, ist wirklich sehr blass. So. Vielleicht wieder Stutzpfeiler, Mann. Dann. Hmm. Schau, schau, schau. oh mein rücken tut so weh geist scheiße hallo mao hallo oh sammy ist tot was sammy was passiert man kann es mit dem hammer nicht weg machen oh ich hab lasse dann w w w w w w w w Ja, es ist so sehr komplex, was ich hier mache. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. Was ist das in hier? Oops. Der Turm ist eigentlich auch schief von Luna, aber das kriege ich, glaube ich, nicht so gut hin. Ich habe das in hier. Ich habe das in hier. Ich habe das in hier. Das war's für heute. Das ist jetzt nicht so krass schön. I tried. Oh, da ist ja ein Auto. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo? Guten Tag. Hallo? Guten Tag. Haben Sie zufällig die Frau Histories gesehen? Oder den Aster? Oh nee, solche Menschen kenne ich leider nicht. Tut mir leid. Nee. Okay, ist nicht schlimm. Dann frage ich einfach weiter rum. Alles klar, viel Erfolg. Ich suche die gerade und die haben die Pferde mitgenommen. Hallo? Ah, ich dachte gerade hier, äh, es gibt Stress. Nein, nein, kein Stress. Okay, ich bin weg. Willst du dich früher hin oder was? Äh, nö. Also, ich kann ja mitmachen. Oh nein, ich geh lieber. Okay. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Also, von mir aus... Weißt du, hast du vielleicht Turi oder Aster gesehen? Zufällig? Äh, nee, von denen halte ich mich fern. Weil? So, dann gucken wir mal um die Tür. Äh, die sind wir beide vor's Auto gesprungen und wollten das als Unfall deklarieren mit Versicherungsbetrug. Mit Pferd? Nee, ohne Pferd. Ohne Pferd? Wann war denn das so circa? Das war gestern. Ich hab auch, ich hab auch, äh, gestern. Ich hab auch schon einen Beschwerdebrief eingereicht, äh, im Briefkasten. Bei der Briefe. Oh ja, oh, ah, oh, ich hab die Sachen gelesen. Okay, war noch wer? Ja, ja, ja. Ich, ich will nix böse, ich suche eigentlich nur meine Mates. Aber die haben wir nicht gesehen, tatsächlich. Tut mir leid. Also, heute gar nicht. Okay, dann bin ich wohl in die komplett... Normale Tür? Einfache? Ja, so eine Metalltür halt, ne? Hast du vielleicht sowas zu tun? Oder willst du mich um... Ja, ne Doppeltür oder ne normale? Nee, ne normale. Das bin ich scheiße langsam. Also, wir sind jetzt auf dem Weg, äh, zum, äh, äh, ich muss ja mal sagen. Äh, zu, äh, Gas Station oben wollen wir jetzt hoch. Äh, wenn du möchtest, kannst du mit uns fahren. Guck mal. Oh ja, ich bin ja von hier in Richtung. Ich bin ja von hier in Richtung. Oh, was? Äh, Mau, du kannst... Mach mal deine Konsole auf mit F1. Ja. Ist er offen? Ja. Oh, doch, da oben rein ist jemand. Und... Und beide Pferde sind weg. Also, ich glaube, es ist, dass sie das sind. Das hier müsstest du, glaube ich, eingeben. Aber wenn du schon Input-Punkt eingibst, müsstest du schon so ne... Komm, wenn das okay ist. Ich kann dir auch... Ich kann dir Sanddecke... Kommt da was bei dir? Äh, Crouch, Jump. Und dann, warte, ich seh's grad nicht. Und dann Leerzeile und dann True schreiben. Oh, oh, das ist so gut sein. Und dann müsstest du eigentlich nur springen und du kommst quasi automatisch. Ja, auf jeden Fall. Wir bauen uns hier eine kleine Kommune... Zurück? Ja, das hab ich schon geredet. Das sind keine Häuser. Ja, 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 das ist alles, alles unseres. Außer der da hinten. Wie viele Leute, seid ihr? Der gehört nicht zu uns. Äh, wir sind... Aktuell sind wir vier. Hm, egal. Keine Ahnung. Wird irgendwie nicht... Wir haben so ne... 4x4 Quadrat mit der Hütte gebaut. Ah, warte, ich hab's falsch beschrieben. Ah, ich hab ja auch Battlefront, gell. Aber es hätte heißen müssen... Ja, aber wenn man dann... Kommst du jetzt mal, wir wollen los. Ah, okay. Und hier sind deine Metalfrag... Ich, äh, mach mal kurz die Kette. Dankeschön. Und jedes Mal, wenn du irgendwo hinkommst, wo du quasi dich ducken musst, duckt das automatisch dann. So wie jetzt hier zum Beispiel beim Springen. Ups. Wie auch... Hoch. Du kannst dir ja gleich mal testen. Du kommst ja so gut. Ah. Yay. Ja, aber. Ah. Ja. Ja. Ja, ich glaub auch, äh, also wenn du dagegen läufst, dann Usha auf jeden Fall noch. Aber wenigstens fürs Springen ist halt... Ach, jetzt kommt. So. Sorry, Zeno. Alles gut, äh, wir nehmen, äh, die liebe, ähm, Mia mit, äh, zur Gaststation. Mia. Okay? Okay, okay. Hm. Da, okay. Fahr schon mal vor, Sammy, bis gleich. Ach, wie geht denn? Und der Haltür wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Dann haben wir hier eine rein. Oh ne, hab ich's lieber offen? Ich glaub, das lass ich lieber offen. Ich schau mal so. Ich muss mich lieber offen sein. Ich kann die Koffer hintern, dass ich die Koffer hinbeißen kann. Ich bin ein bisschen gut drin, dass ich ein Dröschen bin muss. ich bin echt fällig nicht mehr so lange, wo gar nicht hier zuschließe. Und dann werde ich, glaube ich, äh... Okay. Hey Marie, ich bringe hier. Ich glaube, so viel Holz habe ich gar nicht mehr. Oh, ich habe kein Holz mehr. Ich muss trotzdem noch eine Decke machen eigentlich, ja. Komm mal rein, oder? Ja, ich würde es so gerne offen lassen, einfach. Als Dachterrasse. Ich mache das da drüber mit einer Tür dann. Oh, ich darf ja immer... Das ist... Das ist so nett. Oh, ich hab gar kein Dings mehr, keine Axt mehr. Also, machen die ein Reparatur-Tool? Ist das Xenos-Haus hier? Oh mein Gott, wie viele Türen. Oh mein Gott, wie viele Türen. Reparatur. Das hat glaub ich kein Reparatur-Tool. Reparatur-Tool. Schade. Uff. Ich bin so müde. Ich muss jetzt leider das Ende machen, weil sonst kann ich nichts machen. Mh, dafür brauch ich Wurde, ich kotze. Ja, ich bin so müde. Standец. Mh, ich bin so müde. Untertitelung des ZDF, 2020 Uiuiuiui Uiuiuiui Heiuiui Jaca Ja, ist echt schlimm gerade. Keine Ahnung. Ich mach halt gar nichts. Gar kein Sport. Keine Bewegung. Nix. Reicht das für die Decke? Oh, ich hab hier noch voll viel. Kann ich nicht. Dein Schornstein ja irgendwie schon. Ich, ich spiel. Es geht wieder nicht. Ich spiel nicht mal ne halbe. Aber ne ganze ist halt irgendwie... Quatsch. Quatsch. So. Couch. Da kann man jetzt nicht noch anfangen. Ich geh jetzt einfach davon aus, dass keiner meine Hütte kaputt macht. Oh, ich glaub ja, das Gute der Menschen. We will see. Da sagt ihr... Da sagt ihr... Ach so. Sack, kein Schlafsack. Zeno, hast du Cloth für mich, für'n Schlafsack? Ja, klar. Ja, in meinem Haus, warte. Äh, danke morgen für die 200 Wits und... Ähm, ja das auch. Oh Gott. Hey, kennst du schon unser lustiges Spiel? Ja, das hab' ich gesehen. Danke. Also so... Hast du schon, äh, äh, nen Schrank drin? Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen doof, man muss hier um die Ecke gehen. Ja, aber verschick. Ja, leider geht's halt nicht rund, ne, aber... Ja. Ja, aber ey, das ist mega. Mit diesen Wendeltreppen hier ver... Wie hoch geht das denn? Ja, da geht's nicht mehr weiter. Das ist ja geil, dass man hier so gecroucht hoch muss. Ja, aber du kannst da eh nicht... Das würd ich so lassen, ne? Ja, ja, aber du kannst da eh nicht, das ist so'n Schornstein und Ding. Ähm... Achso, okay. Ich mach jetzt erstmal hier... Ähm, nein. Ey, war voll nice, ey. Ich hoffe halt, niemand macht mein Ding kaputt, mein Haus kaputt. Weil das ist halt jetzt noch nicht so stabil, ne? Nee, offline Raids sind verboten. Okay. Was? Ach, ich hab noch was für dich. Hab ich grad gefunden. Uh, geil. Vielleicht bin ich jetzt auf dem... Auf dem Dach... Gerade, dass man nicht so ne Luke machen kann. Ja, schönes Bild auf dem Dach oder so. Äh, kannst du? Gut. Äh, ich bin kurz davor, die zu erlernen. Dann kannst du ne Luke machen mit ner Leiter. Ne Leiter hab ich schon. Die Luke fehlt mir noch. Äh, dann kannst du ne Luke machen mit ner Leiter dran. Ja, dann mach ich hier einfach ein bisschen höhere Wände und dann, äh... Ja, gucken. Ja. Okay, okay. Alles klar, dann logge ich mich mal aus, ne? Genau, logge dich am besten auf der... Logge dich hier auf der Etage aus. Warum? Äh, nicht dass dich der Heli trifft, wenn er kommt. Ich weiß nicht, ob der Offline-Player reagiert. Oh, okay. Aber mein... Mein Schlafsack ist jetzt oben. Ja, ist nicht schlimm. Du kannst dich ausloggen, wo du willst. Der Schlafsack ist nur da, wenn du tot bist, dass du an dem Ort wieder spawnst und nicht an der Küste. Ah, okay. Okay, bis dann. Oh, Mau, 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 ich komm nicht raus. Der Code, der Code. Den, den du kennst. Ah, lol, okay, nice. War an dich. Machen wir hier Licht aus, sonst ist dein Öl gleich leer. Alles klar. Okay. Bis dann. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke. Riechtige Panik. Ja, das mit dem Geschlecht ändern hat anscheinend nicht geklappt. Schade. Ok, Guys, ja, sorry, dass ich jetzt nicht so lange gestreamt habe und irgendwie ein bisschen, ja, nicht schlechte Laune. Oder nicht so gut gelaunt war heute. I'm sorry. Wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht wann. Morgen wollte ich mit meiner Mom ein bisschen was hier in der Wohnung machen. Damit ich hier weiterkomme. Ja. Ich melde mich dann. Gute Besserung? Ja, na, was heißt gute Besserung? Ich bin ja nicht krank. Das ist gut. Ich bin einfach nicht so gut gelaunt. Viel Spaß noch bei Zeno. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.